Joa, Leute, was soll ich sagen, heutiges Bild, ist ein bisschen, ein bisschen selbstsüchtiger. Echt gar keinen Bock gerade auf Zulu-Q-Mates, die einen die ganze Zeit wieder umbringen wollen. Vielleicht werden, also wenn die nett zu mir sind, werde ich nett zu euch sein, safe, safe. Keine Sorge, das wird sich nicht ändern. Okay. Hör ich da gerade ne Billy? Hör ich da gerade ne Billy? Das könnte funny werden, let's go. Einen Boon zu setten, trotzdem ganz komisch jetzt schon, vor allem gegen den Billy, aber okay. Ich bin einfach generell kein Fan von Boons, also selbst wenn es useful wäre, würde ich einfach die ganze Zeit nur Trash-Talken, ganz ehrlich. Ich hasse Boons zu sehr. Okay, eigentlich nur Circle of Healing. Aber ja, heute selbstsüchtiges Bild, ich gehe einfach schon mal drauf aus, das ist davon aus, dass ich der letzte Survivor sein werde, und dann ballern wir komplett die Gates durch. Oder suchen die Hedge, mir egal. Alles fein. Alles gut. Aber jetzt erstmal genera... Bitte, bitte lauf doch, hört doch nicht mal den Terror-Radius. Okay, jetzt hört man ihn. Sie hat trotzdem die Eier, guck mal. Gucke mal, sie hat die Eier. Sie hat die Eier. Hallete Campen immer smart. Ha! Gut. Mach weiter. Kann wer anderes vielleicht auch noch einen Generator machen? Ey, das fuckt mich beim Solo-Q-Buff auch ultra ab, weil man jetzt einfach sieht wie useless die Maidzen. Das fuckt mich am härtesten dran ab. Also wirklich. My boy respektet ja gar nicht. Sehr gut. Und jetzt? Und jetzt, homie? Okay. Okay. You dead heart. Smart. War. Daily dead heart value. Man kennt's halt. Man kennt's halt einfach. Könnt ihr jetzt bitte... Ich schätze ja Tinkerer. Weil sonst würde es keinen Sinn machen, was die grad tun. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass es Tinkerer ist. Aber egal. Erstmal heilen, weil er scheint nicht abgeneigt zu sein zu einem One. Deshalb mach ich dat mal. Deshalb mach ich dat mal. Ich glaub, dann geh ich auf die andere Seite da rüber. Ist, glaub ich, ein weiter Move. Oh, hier ist auch ein Totem. Oh, nice to know. Das Ding ist, ich hab eigentlich die Challenge auch. Einfach zu blinden. Ich bekomm das irgendwie nicht hin, weil ich nicht so ein Blinder bin. Oh, was? Oder? 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 Lenk ihn doch weg! Nicht her! Weg! Oder? Was, 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 warum? Warum hassen mich meine Mates immer? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch erstmal ein bisschen Data zurückbekommen. Du darfst ruhig chasen. Mach ruhig. Oh, der arme. Der arme Bo... Er hat sich verloren? Warte, was? Oh Gott. Das hört sich gar nicht gut an, gerade. Hä? Ich, ich versteh gar nichts. Wo... Hat der Monitor ein Abuse? Hä? Oder bin ich lost? Okay, nee. Ach so, wir triple chasen jetzt. Ach so. Warum nicht? Das war da eigentlich, hä? Hä, wie dumm von mir. Triple chasen, das normalste, was es gibt. Wirklich. Wow. Oh mein Gott. Brüder. Es reicht doch. Hey, ich geh zum Generator zurück, wo ich als erstes war. Der ist doch safe noch immer ziemlich weit progressed, oder? Oder? Zack, nicht, der ist auf null. Zack, nicht, der ist auf null. Ihr habt diesen Generator nicht auf null kommen lassen, oder? Okay. Oh mein Gott, wäre ich pisst gewesen. Oh mein fucking Gott. Er hebt nicht auf. Ist die Fang... Etwa in der Nähe, oder? Ich, ich versteh grad gore nix. Ich versteh grad gore nix, aber egal. Es sieht grade echt nicht allzu bad aus. Es sieht echt nicht allzu bad aus. Michaela und ich haben bald den Generator fertig. Dann wird Fang jetzt gechased. Okay. Das Ding ist, Michaela ist safe call näher dran, deshalb hoffe ich, dass sie gehen wird, was sie wahrscheinlich nicht machen wird. Deshalb mache ich den Generator fertig und gehe dann selbst, weil ich echt keine Erwartungen habe an meine Solo-Cue-Mates. Also alles gut. Michaela? Ich hoffe Fang rescued. Ich, ich, ich truste gerade richtig hart, dass Fang rescuing geht. Ich truste gerade richtig, richtig fett hart. Sehr gut, Fang. Sehr, sehr gut. Im Basement. Im Basement. Warte mal. Warte mal. Kommt er zurück, den Generator kicken? Ne. Unten wurde gereskued, deshalb ist er back. Das hat eigentlich ne ziemlich gute Position, der ist... Ja, M1 ist gut. Billy, du, 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 wirklich... Du verschwerst dein Leben einfach nur, wenn du mich M1st. Ich kann mich sofort wieder hochhealen. Das gibt dir gar keine Value. Einfach Pallet-Campen-Healen. Das gibt ihm aber halt leider wirklich gar keine Value, der Arme. Er versteht das nicht. Er ist süß, aber er tut mir leid. Ähm, das Ding ist, die haben, glaube ich, sogar den Generator gefinished, soweit ich das richtig erkannt habe. Oder? Ach man, ich muss eigentlich rescuing gehen. Ich bin halt kein Flashlight-Profi. Ich bin kein Flashlight-Profi. Oh, das war gar nicht der. Das war ein anderer. Das ist noch besser. Das ist noch besser. Ja, Feng, mach du, Generator. Ich versuch zu helfen. Ich versuch zu helfen. Warte, wo? Wie seid ihr da rübergekommen? Was? Wie und wann? Egal, Feng hat das easy gepinished noch. Wo zur Hölle ist er schon wieder? Wenn ich's doch wenigstens verstehen würde. Ich hab bis jetzt nur Mini-Chases mit ihm gehabt. Und der ist immer sofort abgehauen. Ich versteh den Dude nicht. Ich versteh den nicht. Okay. Die versteh ich tatsächlich auch nicht. Läuft sie in Spoon gerade? Sag bitte nicht, sie läuft gerade rüber in Spoon oder so. Also da... Warte, warte, warte. Du wolltest unbedingt deinen Decisive Strike Value, dass du in den Killer reingelaufen bist. Und der Killer geiert auf sie wie sonst was. Und der hat Schuld. Ja. Okay, verstehe. Gut, lass einfach weg, Homie. Okay. Okay, es ist wichtig, dass ich die Chainsaw jetzt da... Was? Du hättest mich downen können? Du kickst lieber deinen Generator? Absolute Kopfschmerzen, wirklich. Lauf du links, ich rechts. Was? Was? Okay, Tinkerer, Tinkerer, Tinkerer. Und der wird diesmal nicht kick... Du, du, du hast doch Tinkerer! Du, du, du weißt doch, dass da gleich ein Generator poppt. Was? Warum hast du das getan? Warum? Ich hätte Wake Up, es wäre smarter, wenn ich es mache. Aber ich glaube, sie würde mir das Geld nicht überlassen. Kann ich? Okay, nee. Wussch! Heilige Mutter Maria! Junge! Jetzt raus, 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 raus. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. Bruder, nein! Oh! Ah! Hahaha! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! Was ist das mit dem Flash? Was habe ich nicht so gut hinbekommen gerade? Aber holy shit, what the fuck? Das war eine richtig gute Runde und richtig knapp am Ende noch. Oh Gott! Heilige Schese, ey! Spirit! Ja, ich glaube, das... No Front, das lag nicht an der Map. Du hast einfach ganz weird Chance gekriegt, den wir priorisiert, obwohl du keine Tank-Kicking-Perks hattest. Aber... Anyways, GG's. Ich hoffe, du hast alles im Game gelernt. Weil das ist ja das Wichtigste, dass man immer aus jeder Runde lernt. Das mache ich jetzt aus Survivor ja auch wieder. Aus Survivor, genau. Aus Survivor auch wieder. Ich will wieder back in die alten Roots kommen. Und ja, das wird hoffentlich weiter passieren. Gegen Billy hat es ganz gut funktioniert mit den Spins. Aber da geht noch viel aufwärts. Das ist definitiv noch nicht gut genug, um für die Streak bereit zu sein. Deshalb gehen wir natürlich weiter rein in die Survivor Games. Ich wünsche euch einen schönen Tag wieder mal, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020